Sorry, aber der Zerbo-Moll-Bot-Frieden ist richtig, ne? Also, wir werden jetzt diese Nacht wieder machen, haha. Aber wir haben in der letzten Folge Ron Freddy gefunden. Ich glaube, wir müssen stolz sein, und den kann ich mir mal jetzt muten. Den haben wir ja immer schon gehört. Ja, ist einfach nice, okay? Und die Tür ist wieder weg. Cool. Also, ich will nur auf diese Tür achten. Also, wenn meine neue Figur völlig Jumps gehen lassen, wenn ich sie nochmal finde, dann, ähm, werden wir mal in... Also, ähm, wir müssen auf dem Lachen achten. Also, ähm, wir sind hier. Also, ähm, wir sind hier. So, ähm, wir müssen aber keinen Ton erlauben. Ähm, wir sind hier. Und wenn man sitzt in Truder nahmen, könnte es sein, das. Wenn wir jetzt den Ton erlauben, können es passieren, dass wir verlieren. Also ich denke, dass es ein Fuchs ist und der heißt Foxy. Oh, das ist ein Fuchs. Das ist ja.